Hallo Leute, hier ist euer Solar Phenarch im elften Part von Raymond Origin Wir sind schon echt weit gekommen, aber okay So, eine letzte Vogel rupfen, okay rupfen Wir rufen immer die Federn Boom, bam, boom Boah, ist der fett Ich glaube, der wird jetzt nicht so schwer wie hier Komm, wieder zurück, Ges... Brauch Bam Au So, mal gucken wie weit wir jetzt mit dem Boss kommen Nein Ach Mist Ich wollte eigentlich gut treffen, aber... Bam Toll, Leben verschwendet er mal voll Toll, Leben verschwendet er mal voll Wow, der ist echt fies. Nein! Nein! Auch nett, wow, 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 wow! Danke. Oh mein. Mist. Egal, schlaste es einfach mit der Münze. Und mach einfach... Hm. Hm. ... 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 Oh, das ist okay, ich hatte ein bisschen gelaggt. Hä? Wie ist das denn passiert? Hä? Ich steh schnell, Leute. Ich hatte doch... viel Leben. Ich hatte ein bisschen gelaggt. Okay, dann stehe ich jetzt auch wieder in Ruhe. Okay. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Wie kriegst du denn jetzt K.O.? Fisch in den Haaren vielleicht? Nochmal. Ich hab jetzt keine Ahnung, wie ich den Blatt machen soll. Ach, Mann! So, mal sehen. Ne, das ist bestimmt wieder eine Falle. Ach, Mann, ey! Okay. Okay. BAM BAM Das war's für heute. Ich hab keine Ahnung, Leute, wie ich den Blatt machen soll, die zweite Runde. Das erste Mal kann ich ja, aber... Die zweite Runde? Also die dritte Runde? Komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Ich hab erst keine Ahnung, wie ich den Blatt machen soll. Ich hab erst keine Ahnung, wie ich den Blatt machen soll. So, die dritte Runde jetzt... Äh, wie mach ich den jetzt mal platt? Vielleicht... Hm... Leute, ich hab keine Ahnung. Leute, ich hab keine Ahnung. Hm... Ahn... Hä? Ich hab keine Ahnung. Geh... Ah, ich glaube, ich weiß es vielleicht. Au, Mann. 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 Au, Mann.